Ich heisse Frederik und arbeite als System-Ingenieur in der internen IT von Transcur mit Prodega. Zusammen mit meinen Teamkollegen implementiere und betreibe ich alle Informatik-Systeme, die für einen reibungslosen Betrieb nötig sind. Ich kann dabei aktiv mitbestimmen und meine Erfahrungen und Skills in einem breit gefächerten Spektrum einbringen. Die abwärtsreicheren Aufgaben machen meinen Job interessant und Spass haben wir dabei auch. Die Abwärtsreicher aus der Abwärtsreicher Eistig. Untertitelung des ZDF, 2020